Ja, das weiß ich ja auch. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ich dachte ja, Michelle, komm erst mal gut nach Hause, ne? Spann erst mal jetzt, rauch erst mal zu Ende und dann steigst du in deinem Flieger und freust dich einfach mal zu Hause, ok? Ich hoffe, ich habe eine Idee, ey.